Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Herr Krings, was ist das denn abgefahrenes? Ein ferngesteuertes Auto aus Plüsch? Ja, das war die absolute Innovation im letzten Jahr. Wir waren auch für den Teuerwort nominiert und haben den Top-Ten-Spielzeugpreis bekommen. Tatsächlich, dieses Auto ist ferngesteuert und es ist aus Plüsch. Sie können nicht nur damit fahren, sondern Sie können auch damit kuscheln. Aha, wie, kann ich das machen? Ach so, ich kann die rausnehmen. Genau, die Figuren sind festgeklettet und dann können Sie sie rausnehmen. Sie können sie übrigens auch, wenn sie verschmutzt sind, waschen. Da träumt die deutsche Hausfrau von, ja. Aber ich meine, ein Auto aus Plüsch zu entwickeln ist schon eine abgefahrene Sache. Wie sind Sie darauf gekommen? Jeder kennt das Problem. Das Kind fährt mit den RC-Fahrzeugen vor die Möbel und hat da Macken dran. Wie kann man das Problem lösen? Entweder man macht überall Schutzaufkleber davor oder man erfindet ein Auto aus Plüsch. Super gut gemacht. Und ich meine, Peppa Pig ist natürlich auch eine sehr, sehr große Marke, oder? Absolut. Peppa Pig ist im deutschen TV eine der erfolgreichsten Ausstrahlungen der letzten Jahre. Zielgruppe sind Kinder von zwei bis fünf Jahren und jedes zweite Kind in Deutschland kennt Peppa Pig. Wow. Okay. Dann wird das im Sicherhaken auch sehr erfolgreich werden. Auf jeden Fall. Wurde Ihnen präsentiert von Die Joyeaux. Mein Pool.